um ich will das kommen ich die macht mich nur traurig Tag kommen sie spielen kommen in der Teil des Paradies sind so sind so du musst wieder mit deinem österreichischen Akzent sprechen ja dringend ist wenn du verstehst was ich meine nö ich sag nur von stream ich weiß was du meinst hui ach hier guck mal ich still den Bein die kommen alle zu dir das ist doch schön hast du wenigstens deine Freunde ne ja hallum hallum wie du in der Motriz Vorsicht du rutsch da soll man keine Ahnung von Sorgen wo guck mal die können alle schwimmen hier ist Wasser ach ne doch nicht hallo mein guter mein hübscher oh und wie hat dir die Therapie gefallen ach hier ist sogar die Mutter von ihm hallo Mama wo wo was hier ist ein Ausweis läufst immer an den wichtigen Sachen vorbei ey ja warte doch mal wo ist er auch da hallo du 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 schnell die Treppe hoch ach so eilig hab ich's eigentlich nun auch nicht ich frag mich nur warum's der so eilig hat und man gab's ja noch Zeug zum einsammeln das hat sich ja gelohnt brauchst du Hilfe da noch noch nicht oh ich bin tot helf mir mal schnell ja ich hab aber kein Medi-Hack da brauchst du auch keins du kannst mich einfach so nein ich brauch eins zum spritzen das ist nicht so wie in anderen und Call of Duty Ultra Kill Skills spielen iiii Alter ich spiel doch nicht COD was Alter ich bin durchs Fenster gebackt durch durchs Glas oh heu nicht rum ne aber bei sowas da könnt ich ausrasten die sollen das mal spielordentlich entwickeln oh jetzt geht's aber los ne ne weiss du bist jetzt kommst du? ja ich trink doch gerade ein Monster was? ich hab gesagt du bist ein Monster cool Vergisst du mal übel viel Zeug zum einsammeln? Cool. Hallo, Ken. Das war ein Erst-Aid-Kind mit Morphine. In der Mediklinie, wenn du ihn findest. Hör! Naja, die Bodybuilder, die wissen halt, was gut für sie ist, ne? What's in here? Ich sag' nur, schön, Aufdrucksmittel. Ach, guck mal an. Wenn wir schon vom Thema sind, äh, schon vom Thema sprechen. Oh, was für ein Schläger. Der ist ja riesig. Das ist einer hier vom Bauersuchfrau. Naja. Warte mal, geh mal weg, ich mach'n Molotov-Cocktail. Na toll, hier ist überhaupt kein Platz dafür. Geh mal weg. Ich versteck mich in der Pflanze, da ist es immer gut. Er kommt zu dir. Oh, iiih. Bist du ein ekliger Typi. Oh, krass ekelig. Oh, oh. Ach, gut, da, oh. Oh, oh. Wir haben gerade beide gleichzeitig zugeschlagen, ey. Das hättest du sehen müssen. Das mach' ich bestimmt als Zeitlupe oder so, wenn ich's nicht vergesse. So. Ein Fakt gibt's hier. Fakt. Ach so. Fakt ab. Los, rennen. Auf. Renn. Schnell. Forest. Pass auf, und gleich geht's ihm wieder richtig gut. Oh ja, jetzt ist es besser. Viel besser. Warte, die du. Jetzt kriegt er übrigens einen Lachkrampf. Ich wollt' mir nur den Weltmann sehen, ist das dumm. Wie das aussieht. Oh mein Gott. Du musst das sehen, ey, wenn, wenn du das siehst, wie du mit dem redest. Es tut mir leid, wenn ich dich das machte, Mama, ich wollte sie. Der Blick. Mach mal, mach mal. Pass auf, wir haben ihn jetzt Morphium gespritzt, gleich rastet er aus und wird zum Zombie. Ja. Ist er tot? Gönne Ahnung. Hallo, sag mal, was du Panake, du sie kannst dir nicht zustimmen. Oh, hier gucken wir mal, was ich für ne Waffe hab. Schnee. Wo denn? Hier. Damit fiss ich dich. Das ist jetzt sowieso ab 18, Mann. Das Spiel. Also, ich glaube ich das. Kleine Kinder bitte bei diesem Spiel wegschalten, ne? Oh, alter. Entweder war das gut, oder ich. Wir haben gerade von den 1, 2, 1 übelst das Bein abgerissen. Ich bin schon wieder tot, alter. Da kann ich kotzen. Ah, oh nein. Nein. Du leike Boss. Ich hasse das, alter. Guck mal, ich hab hier ne helfende Hand auf meinem Tisch. Wo? Sinds du die nicht? Nein. Na, schade. Ich hab hier ne helfende Hand auf meinem Tisch. So ein Kuck. Ah, hier gibt's nen Fakt. Ah, hier hat jemand Albo. Hä? Harald-Schmidt-Ausschnitt-Ausschnitt. Na? Oh, alter. Voll alle Gliedmaßen abgerissen. Vielleicht ist hier etwas drin. Oh nein. Ich bin Rambo. Der beste Koch der Welt. Ja. Cool. Ah! Der eine Zombie schubt gerade den anderen Zombie, damit er schneller an mich rankommt. Oh! Boah, wie sieht er denn jetzt aus? Yeah! Halt's Maul. Voll auf die Fresse. Na, 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 na. Hallöchen, meine süßen kleinen Freunde. Oh nein! Was ist denn los? Ich kam gerade einfach voll auf mich angerannt. Auf dich angerannt? Na. Oh, jetzt kommen sie hier. Jetzt kommen sie. Oh, easy. Das ist ja voll brutal, das Spiel. Ah! Ich hab durch deinen charmanten Rücken die Tür geöffnet. Ach, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist ja schön. Aber hier gibt's ne Walkbench. Oh, ich kann auch mal ne Fackel herstellen. Oh, was? Ich hab ein exotisches Stockmesser gefunden. Oh, hätt ich noch einmal Metallschrott, dann könnte ich die Reißklauen-Mod installieren. Oh, die ganzen PCs hier. Ja, ne? Alle haben so Gegenstände für mich. Hm. Ich hab übelst viele Batterien jetzt bekommen. Echt jetzt? No. 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 Oh, NRG nehm ich auch mal. Wo bist du denn? Ach, da. Guck dir mal meine Waffe an. Wo denn? Die ist voll hässlich. Ist es dein Stockmesser? No. Das ist exotisch. Kommt bestimmt irgendwo aus deiner Region da, so Afrika irgendwo. Ach hier, Blue Screen. Bestimmt wieder Gema-Hack oder so. Na, ich weiß. Aber das ist meine Schuld. Ich bin wieder mal der Pro. Oh nein. Huch. Oh, was? Alter, die war verhaut übelst rein. Dein Stockmesser? Dein Stockfisch? Na. Ich bin aufgestiegen. Oh, hier geht's ein Bauplan. Molotow. Ja, ich weiß, hab schon aufgerufen. Geschlechterkampf erhöht den Schaden gegen Gegner vom anderen Geschlecht. Töte durch Tritt als Zweck. Ausdauer. Feuerwaffe. Oh. Kein Ausdauer mehr. Hilfe. Okay. Doch ohne sich geschafft. Sterb. Boah, riecht nach Apokalypse. Hab ich als Erfolg grad freigeschalten. Cool. Warte, ich lege mich an ihn ran. Pssst. Pssst. Hallo. Oh. Pssst. Cool. So, Schreie. Ach, guck mal einer an. Ich finde diese Ventilatorn ja schon ziemlich geil. Weiß nicht. Ich finde die sehen schick aus. Wenigstens nicht so viereckig wie in allen anderen Spielen. Ach, hier Marcel Davos. Die Tür zu dem Parkingloch ist unlockt. Und ein großer Teil des Systems ist wieder auf und ran. Suche den Truck. Was ist das? Also, diese scharfen Gegenstände, die scharfen Waffen, ne? Die gehen nochmal übelst schnell kaputt, ey. Nervvoll. Boah. Ist halt so. Oh, hier ist ein Schläger oben. Bist du, bist du nach unten? Ja. Oh, Stacheldraht hab ich gefunden. Ach, guck mal, da will dich umarmen, schau mal. Hui. Ach, komm, umarmen doch mal. Ich guck dir auch sogar zu. Oh. Tut mir leid. Kleine Gedächtnis. Runde für, 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 für. Bernd. Oh, hier ist der übliche Party hier. Nein, warum sagst du nichts, Markus? Warum lässt du dich nicht mitzuparten? Alter, weißt du, was richtig geil wäre, wenn die in dem Spiel so einbauen würden, wenn man, wenn man Bauch aufschnitzt, dass da die Gedärme oder so rauskommen? Ja, das wird auch bestimmt nicht die FSK mitmachen. Ach, ein Schläger. Das Spiel hat gar keine FSK. Dann halt USK oder Peggy oder was weiß ich schon. Das nennt sich Peggy bei dem Spiel. Das Spiel ist sowieso in Deutschland indiziert. Oh Gott, das wurde nicht mal in Deutschland verkauft, wenn du es nicht mehr weißt. Oh, heißt der hat keine Arme mehr. Wir, wir haben es ja eigentlich ganz offiziell gekauft. Ja, und das ist ja auch in Deutschland erlaubt, solange man es als Import hat. Wir, wir haben ja die ab 16 Version. Ab 16. Oh, jetzt hier. So aggressiv können nur die Schwarzen sein. Ja, das bin ich wieder mal. Pass auf, gleich steckst du aus. Hier der Wetter. Als Fahrer. Ja, ich weiß. Ja, das alles erfahren wir aus dem Dead Island Reptide. So, ich würde sagen, jetzt machen wir auch hier erstmal ein Schnitt, ne? Ach, wenn wir nehmen jetzt noch bis um 3 auf. So viel Liegearbeit hast du gar nicht. Doch. Dead Island verbraucht nicht viel. Das ist das Schöne. Also, bei mir würde das viel verbrauchen. Ja, du nimmst ja auch noch so eine Auflösung auf. Oh, krass. Oh, scheiße, schon wieder Zombies. Da wollte ich gerade mal einen Schluck trinken. Was? Was ist denn? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay.